Rund 200 Menschen demonstrieren auf dem Domshof. Grund des Protestes, das Vorgehen und die Ermittlungen gegen die Klimaprotestbewegung letzter Generation. Wir sind dankbar dafür, dass wir so viel Solidarität und Unterstützung von allen Gruppen aus der Klimabewegung, von Personen aus der Gesellschaft, selbst bis hin zum ehemaligen Präsidenten des Bundesverfassungsgerichts bekommen. Weil nämlich diese Repressionen und diese Maßnahmen der bayerischen Staatsregierung einzelne von uns natürlich schockiert haben. Gemeint sind die Ermittlungen der Generalstaatsanwaltschaft München gegen die letzte Generation wegen der Bildung einer kriminellen Vereinigung. In der vergangenen Woche gab es deshalb bundesweit Durchsuchungen. Am Ende dieser Auswertung der mit Sicherheit umfangreichen Unterlagen, die wir da sichergestellt haben, steht dann ein Ermittlungsergebnis und eine gesamte Bewertung. Nach der Kundgebung zieht die Demonstration weiter ins Viertel. Seit Tagen finden ähnliche Protestaktionen bundesweit statt. Krimina Loser Viertel Ich komme zum automatisch. Vier ist